Asproch Ja, das wird sehr großer Trash. Das wird sehr großer Trash. Auf jeden Fall. Stopps the Zombie in Rebellion without the Pulse. Einspieler. Okay, ähm, leicht. Ja, dann willkommen zu einem kleinen Halloween-haften Zwischendurchdings oder so. Ich weiß jetzt, worauf wir uns da reingelassen haben. Das war ein kostenloses Game bei Epic Games. Ich... Erstmal ein großes, fettes Hardkreuz. Genendet. Amerikas favoriten Rags-to-riches-Story ist der Visionärer, der den Schotter schlägt. Oh nein. So ein Spiel, also. Hier in Punchbowl, für die erste Mal in der humanen Historie, Leben ist das, was es bedeutet zu sein. Freie von allen Unbeleidungen. Warum, irgendwann wird der ganze Welt wie Punchbowl sein. Aber für heute steht es allein. Ein Beacon von Purity und menschlichen Potenzial und eine Welt, die sich in der Welt befindet. Ich werde... Es ist... Ich kann hier vielleicht noch ein... Guck mal zu sagen... Ich kann hier noch ein Schnellbein... Ich kann hier noch ein Schnellbein... Ich kann hier noch ein Schnellbein... Es ist die Stadt, wo er sich entwickelt hat, wo jeder es trimmer hat, die unsere Bühne von der Zukunft. Sooo, ich habe nicht gedacht. WTF? Einfach WTF. Mein Geist! Mein Geist! Du hast ihn sicher gezwungen. Er ist nicht mehr zwischendig. Aha. Blutig. Schön blutig. Und ich bin ein Zombie. Hören. Hören. Du bist ein Roboter. Du hast keinen Hören. Gib Hören. Aufs Reden. Gib Hören. Kohlzeit Höhne. Und was für ein... ...zurechtiges Spiel. Was für ein... ...zurechtiges Spiel. Ich glaube, du hast keinen Wahl. Ehm... Okay. Es ist ein Putscheid. Oh, ein Zombie. Putscheid Zombie. Was ist das? Oh, ich sehe. Du hast Gas. Ich gehe einfach nach hier für einen Moment. Wenn du, ähm... ...reliere Druck. Aha. Wir können Gas auch. Oh, ich sehe. Du hast Gas. Ich gehe einfach nach hier für einen Moment. Okay, wir können Pupsen. Wir haben die anderen Zombies auf unserer Seite. Oh, hi. Der Junge, den wir als erstes getötet haben. Hey, jetzt haben wir eine ganze Zombie... ...oder... ...Angriff. Dann kommt mal mit. Oh, ja. Ich glaube, ich laufe dann mal. Leute, kommt da mit. Ich meine Leute, kommt da mit. Ich meine Leute, kommt da mit. Hören. Genau so. Oh, eine Parade. Oha. Das gibt viel Hören. Ich sehe sie nicht. Okay, kann ich nicht lang. Ist abgesperrt. Na, sehr toll. Oh, Rennen der Zombies. Ist ja sehr schön. Naja, was heißt Rennen? Da sehe ich. Mensch. Komm zu Daddy. Neue Zombies. Komm aufstehen. Zum Bewerben. Sehr gut. Sie sollten mich mit einem Kuckabot zusammen zusammen. Wir wären groß. Oh. 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 ich weiß der fehlzeit dort hinten hin wird sich auch gar nicht verteidigt ich hole nachwuchs du zum genau okay haben jetzt alle menschen hier zum biet okay die rennen in eine richtung versammeln sich dort irgendwie angucken von zombies maus verwenden gameplay hilft drücke y um sie durch pfeifen zu dir zu bewegen bei dem links klick meine zum die armee folgt mir er kommt blut 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 weiter geht es Bericht mit die große stadt in das zentrum mehr Leute beißen sehr vorsichtig, ich habe Spaß fürs Gehörner das ist ja gut als wenn sie sich auch verleihen, glaube ich kommt mit meinen Zombies Oh, hier wird geschossen. Zombies mit Waffen sind gut. Die benutzen ihre Waffen natürlich nicht. Sehr schön. Komm mit. So, mir nach. Jetzt können wir nicht durch. Oh, doch. Können wir jetzt. Polizisten mit Waffen. Die ganze Rolle könnte nichts anhaben. Kommt, mir nach. Auf, ist da da unten. Kommt, der eine auf, ist da den anderen überfallen. Sehr gut. Gingen da hinten noch ein paar rum, oder? Auf, Zitron, Haal. Nicht das Rathaus überfallen. Achste, da gehts weiter. Kommt mit. Da müssen wir hin. Monorail. In der U-Bahn. Dumm ist gedessen. Nein. Niemals. Ich habe mir nur Verstärkung. Aha. Hier wird noch geschossen und ich bin hier schon. Die Monorail. Das wird in der Monoway aber weitergehen. Bitte was. Okay. Ja. Oh nein. Schade, wir durften nicht in der Straßenbahn töten. Oh, verliebter Zombie. Die werden nur verspeisen. Ah, ja. Die Verliebte sind wieder im Start. Oh nein! Müssen wir jetzt Auto fahren oder was? Erstmal ein paar Polizisten ausschalten. Na komm. Wissenschaftler. Äh, okay. Okay. Was tun wir? Oha. Oha. Ich kann es wieder einmal killen. Es wird immer besser. Oha. Oha. Bats, bats, bats. Oh nein. Oha. Da ging noch Schussschiff. Oha. Warum Verstärkung? Warum haben wir Wissenschaften? Oha. 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 Oh mein Gott. Oha. 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 Er kommt. Mitkämpfen. Keine Chance. Na toll. Jetzt zieht das Auto auf dem Rücken. sehr schön richtigen zeit einsteigen ein bisschen Oha, wo ist es hier? Verkannung Um Aha. Das ist mein Kollege. Okay, er steht nicht wieder auf. Ah doch. Robert soll zerstören. Oh ja. Das ist okay. Ich habe nicht mal was ausgeschaltet. Ich habe schon dann keine mehr gefressen. Sehr schön. Okay, was machen wir jetzt hier? Was ist hier unsere Lösung? Was ist jetzt hier die Mission? Hm. Hm. Was tun wir? Wieder raus hier oder? Was ist die Mission? Hm. Kein Fail der mehr anzeigt wo ich hin soll. Ich bin überfordert. Ich bin überfordert. Ich bin überfordert. Ja, wir sehen uns hier ein paar rehelen. Was ist das? Zumindest komplett töten. Da unten steht noch einer. Hm. Okay. Jetzt gehört mir auch. Okay. 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 Was muss ich tun? Was ist hier die Quest? Ah ja. Und was auch immer. Ich würde mal sagen für diesen letzten Test. So ist das auch gewesen sein. Dank fürs Zuschauen. Abends noch einen tollen Tag. Hau da rein. Hau da rein. Oh. 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 Zhifaxern. Das ist ja schön. Bist du der Letzte? Bist du die. Bist du die. Bist du die. Kommen Sie sich. Da brauche ich für ein anderes Schiff. Auf dem Beifahrersitz. Das war Stabs the Zombie in Rebel Without a Pulse. Ja, danke fürs Zuschauen, dieses kleine Halloween-hafte Special. Ja, hau da, tschau. Ja, hau da, tschau. Ja, hau da, tschau.